Und 4 3 1 2 So Leute ihr habt richtig gesehen Ein neues Video von mir Und eine kleine Randnotiz direkt an mich Ich bin so ein Idiot, ich zieh bei 28 Grad einen Pullover an Weil ich heute morgen kein T-Shirt mehr im Schrank hatte Ich könnt mir gerade einen Zahn ausboxen Hier Der Duut mit der LC4 Die ballert jetzt gleich ordentlich Und berg runter Rega Alter, der Sound Klingt Die Knallt Hört ihr das, Alter? Was ist ja heftig Ist das geil So, ich hoffe, die Windfreuze sind jetzt wieder minimiert Ich habe jetzt wieder einen Windfluss gefahren Ich hoffe, das tut es jetzt Jona Jona Alter, guck mal wie die dann auch fallen Mach nochmal Mach nochmal Mach nochmal Und aus Alter Alter, macht er schon wieder Bock so Jetzt kann ich auch endlich mal anfangen zu erzählen. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Alter in Orange. Alter sieht er heftig aus. Oh mein Gott in so einem Orange. Ist ja wohl stark geil. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 6, was laber ich. Der 6 da vorne, ah 7, was Laber. Der 4 da vorne, ah 7, was laber ich. Oder das ist auch dig. Und jetzt probably. Düst für Residenz.